In den heutigen Photonues mit Eric geht es unter anderem um folgende Punkte. Canon arbeitet an drei weiteren RF-Kameras mit APS-C-Sensor, die R7, die R8 und die R9. Nikon hat Probleme, die sehr hohen Erwartungen zur Z9 auch wirklich zu erfüllen. Und es gibt von Nikon bald eine APS-C-Kamera mit Z-Anschluss, allerdings im Retro-Design. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschutz, ich bin kreativer Portraitfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos und Videos zu steigern. Canon Rumors hat von zwei unabhängigen Quellen die Info bekommen, dass die EOS R3 ungefähr einen 30 Megapixel-Sensor haben soll. Diese Info ist allerdings als CR1 klassifiziert, das heißt, das ist eine unbestätigte Info. Es ist ein Patent aufgetaucht, das mehrere optische Formeln für RF-S-Objektive zeigt. RF-S-Objektive sind APS-C-Objektive für den RF-Anschluss. Nach diesem Patent soll es um folgende Brennweiten gehen. Wie immer ist es bei den Patenten so, dass das nur Patente und nur optische Formeln sind, das heißt, welches dieser Objektive denn wirklich am Markt landet, ist noch unklar. Vor einigen Wochen hat Canon ja ein Firmware-Update für die 5D Mark IV auf die Version 1.3.2 veröffentlicht. Allerdings haben die dann gleich wieder das Firmware-Update entfernt, weil es zu einem Fehler kommt. Wenn ihr mit dem 10-Sekunden-Timer und dem elektronischen Verschlussgeräusch auf ON fotografieren wollt, dann wiederholt sich dieser Timer und löst aber gar nicht aus. Canon arbeitet aktuell noch daran, diesen Fehler zu beheben. Sobald eine neue Firmware-Version verfügbar ist, werde ich euch informieren und ihr könnt die dann wie immer kostenlos auch auf meiner Homepage runterladen. Für die EOS R5 soll auch bald wieder ein Firmware-Update kommen und zwar soll hier die Unterstützung für zwei weitere ENG-Objektive hinzugefügt werden. Einmal das Compact-Servo 18-80 und das 70-200. Die Firmware wird ungefähr Ende Juni verfügbar sein. So wie es ausschaut, arbeitet Canon aktuell an drei weiteren RF-Kameras, allerdings mit APS-C-Sensor. Nach der R3 will Canon die Entry-Level-Kamera-Bandbreite ein bisschen erweitern. Und zwar mit der R7, der R8 und der R9. Wenn das stimmt, wäre das natürlich der endgültige Todesstoß für die EOS M-Reihe. Die R7 soll im Q4 2021 bzw. im Q1 2022 angekündigt werden. Die R8 soll eine Vlogging-Kamera sein und die R9 wird wahrscheinlich das unterste Modell sein, also wirklich die günstigste Kamera, die den Fotografen den Einstieg in das EOS R-System ermöglicht. Im Kamera-Line-Up sollen diese neuen Kameras um die EOS RP platziert werden, das heißt ungefähr auf dem Level von der M6 Mark II oder M5. Diese neuen Kameras sollen nicht die 7D-Reihe ersetzen. Nikon steht kurz davor, eine neue APS-C-Kamera anzukündigen, und zwar mit Z-Anschluss und im Retro-Design. Diese Kamera soll ungefähr auf dem Level von der Z50 sein, und zwar ist das die Nikon ZFC. Die Kamera soll es in drei Farbvarianten geben, in Schwarz, in Silber und in Braun. Möglicherweise deuten die Buchstaben auf der Kamera auf die Ausführungsvariante hin. Zusätzlich zu der Kamera wird Nikon auch zwei weitere Festbrennweiten für APS-C-Kameras veröffentlichen, und zwar sind das SE-Objektive. Einmal das 28mm Blende 2.8 und einmal das 35mm Blende 1.8. Die Objektive werden allerdings nicht im Retro-Look sein, sondern dem typischen Nikon Z-Look entsprechen. Die Kamera wird ungefähr 1000 Dollar kosten und die Auslieferung soll schon Ende Juli 2021 starten. In einem kürzlich geführten Interview hat der Nikon Marketing-Chef bekannt gegeben, dass für die Nikon Z9 sehr hohe Erwartungen gesetzt wurden. Das Produktionsteam von der Z9 hat jetzt damit zu kämpfen, diese sehr hohen Erwartungen auch wirklich zu erfüllen. Die Kamera soll das neue Flagship von Nikon werden, soll einen Stacked CMOS-Sensor haben, soll 8K-Videos aufnehmen können und sowohl Fotografen als auch Videografen mehr als nur zufriedenstellen. Die Kamera soll ungefähr 6000 Dollar kosten und ein offizielles Ankündigungsdatum gibt es dazu noch nicht. Es wird erwartet, dass es nähere Infos im Herbst 2021 gibt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, im Vorjahr ist Canon Opfer eines Hackangriffs geworden und es schaut so aus, als ob es jetzt Fujifilm getroffen hätte. Am Abend des 1. Juni hat Fuji festgestellt, dass eine Ransomware im Umlauf ist und sicherheitshalber alle Server vom Netz genommen. Es kann sein, dass eine unbeteiligte Person Zugang zu den Servern hatte und diese Ransomware installiert hat. Aktuell ist Fuji dabei, das Ganze zu untersuchen und den Schaden abzuschätzen, sie entschuldigen sich jetzt aber schon bei allen Kunden und Partnern für die Unannehmlichkeiten. Die Firma ZY Optics hat ja vor einiger Zeit ein neues Objektiv angekündigt und zwar das Mitakon Speedmaster 50mm Blende 0.95. Dieses Objektiv war zuerst nur für den Sony E, Nikon Z und Canon RF Anschluss verfügbar. Jetzt gibt es das auch für den Leica L Anschluss. Das Objektiv hat elf Linsen in acht Gruppen, einen Filterdurchmesser von 67mm und ist auch durch den nicht klickenden Blendenring gut für Videografen geeignet. Das Objektiv kostet ungefähr 800 Dollar, hat einen Blickwinkel von circa 460 Grad und ist ab jetzt verfügbar. Von der Firma Venus Optics gibt es eine neue Variante eines bereits bestehenden Objektivs und zwar das Laowa 7.5mm Blende 2 für MFT Kameras. Diese neue Variante hat jetzt einen Chip eingebaut, der auch Metadaten in den EXIF-Daten abspeichert. Außerdem kann die Blende digital über die Kamera gesteuert werden. In der neuen Version habt ihr 13 Linsen in neun Gruppen und die Blendenlamellen wurden von 7 auf 5 reduziert, damit wenn ihr die Sonne fotografiert, ihr 10 Sonnenstrahlen bekommt. Es ist 55mm lang, wiegt 20 Gramm weniger als das Originalmodell, also 150 Gramm und hat einen Filterdurchmesser von 46mm. Das Objektiv kostet 550 Dollar und kann ab jetzt vorbestellt werden. Falls ihr User einer Sigma FP Kamera seid, könnt ihr euch glücklich schätzen, weil Sigma bietet jetzt um 150 Dollar ein Service an, wo ihr bei der FP Kamera diverse Knöpfe und Räder von der FPL Kamera einbauen lassen könnt. Um genau zu sein, geht es hier um drei Punkte. Das Menü-Wahlrad soll ein bisschen fester und schwergängiger werden, weil das originale Rad ein bisschen zu leicht ist. Dann soll auch der Mode-Knopf ausgetauscht werden, weil der neue Mode-Knopf ein geringeres Profil hat, also nicht so weit nach außen steht und die Mikrofonabdeckung soll getauscht werden. Dieses Service fällt nicht in den Garantiebereich, deswegen muss man auch dafür bezahlen. Inkludiert in dem Service ist auch eine komplette Gehäusereinigung. Das Ganze wird ungefähr zwei Wochen dauern, bis die Kamera wieder zurückgeschickt wird und die ausgebauten, getauschten Teile werden nicht mit zurückgeschickt. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!